Bist du ein braves Mädchen? Du bist ein ungezogenes Mädchen. Sind Sie hier zuständig? Was haben Sie an meinem Tatort verloren? Wir sind das FBI. Ich bin von der State Police. Rufen Sie mich an. Es ist mein Job, die Mädchen zu schützen. Das ist nicht deine Operation. Ihr gehört allein mir. Verstehst du, was ich meine? Jetzt mach, schieb dein Röckchen hoch. Nein. Als Sie mich zum Lockvogel gemacht haben, wurde es zu meiner Operation. Ich kommuniziere mit einem Dutzend aktiver Triebtäter. Schließlich hatten wir einen waschechten Serienkeller. Ich habe da drin eine 20-jährige Frau mit sechsfachem Schädelbrochen. Die Bisswunden, sie passen zu den anderen. Weil das gestern draufgehen kann. Ein Mädchen ist verschwunden. An einem Truckstopper Penzi-Cola. Irgendwann letzte Nacht. Warte, halt mal da an. Wer ist das? Setz dich auf. Wasch dir Arme und Beine. Ich glaube, dein Kerl kommt. Wer war das? Er war da eins meiner Mädchenfessel. Er hat einen Blitz auf seinem Truck. Genau in diesem Moment tut er es wieder. Ich mache ein neues Treffen aus. Seid ihr sicher? So ein hübsches Gesicht würde ich doch niemals vergessen. Yes. Lombardo? Fuck! Es gibt einen Haufen Erdbeer. Hallo? Ist jemand hier? Ich will, dass du alles tust, um zu fliehen. Wo ist sie, verdammt? Jeder weiß, dass sie allein leben. Ich will nur mal kurz nach dem Rechten sein. Wenn ich bleibe, gehe ich damit wegen drauf. Wir feiern eine kleine Party. Aber keine Sorge. Wir haben genug Zeit füreinander. Genau in diesem Fall, weg inch Sanctatus. Wir sind in diesem Fall, und wir dieuellement zu sprechen. Wir sind sehr schwer. Vielen Dank.